Ja und herzlich willkommen zurück zu Angerfoot, weiter gehts in Level 6. Pinienhöhen schliessen den Level Innerhaufen 50 Sekunden nach Alkohol, ich töte betrunkene 40 Schläge. Was? Oh, da war schon einer. Alte, trifft der gut, oh shit, 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 ich glaube ich sollte mal ein bisschen schauen, ob es irgendwelche Secrets gibt. Ich muss kurz zurückgehen, ne neue Waffe holen. Shit, ne, war fürs Leben. Hohoho, drei Leute. Ich weiß nicht, wie man diese Speedruns schaffen soll. Da muss man ja wirklich das ganze Level-Design auswählen. Oh, nice one. Ist der andere dead? Ich glaube schon, ja. Okay, da waren wir schon. Das Level hat nen Gangpaste. Ey, das Gain, nicht das Level. Die ist... Leert die Waffe. Was? Okay. Ganz kurz nochmal hier schauen. Hier gibt's nix. Boah, das war nice. Holy shit. Nee, nicht mit einem Schlag, Mann. Manchmal trifft ich eigentlich gar nix. Nicht jetzt! Ich kann grad nicht. Schlechtes Timing. Sorry dafür, das war weg. Ach Gott. Ich geh jetzt auch noch lang. Ich dachte mir doch sowas schon. Ihr habt mich wahrscheinlich schon ein paar Mal übersehen. Drei auf einen Streich. Sehr nice. Bada boom, bada bam. Oh, shit. Oh, shit. Sorry. Ow, fuck, Mann. Das ist immer noch... Ey, wo denn... Treffen und die ist Leben! Was macht der eigentlich? Ah, der macht das! Ich frage mich grad... Muss ich eigentlich betrunken? Ich glaub ich muss betrunken sein. Aber betrunken zu sein ist so hart. Jetzt hab ich geh. Das ist so schwierig. Darf ich kurz? Danke. Das ist so schwierig. Okay, nochmal hier hinten lang. Ich glaub die zählen jetzt schon nicht mehr gut. Gibt's hier irgendwo Bier? Klar, in jedem Haus gibt's Bier. Muss ich Bier oder trinken? Ich weiss gar nicht. Ich weiss gar nicht. Ich glaub das ist sehr das betrunken. Habt ihr Bier? Ihr habt Bier. Gebt her. Nee! Sad. Das ist kein Bier. Ich hab kein Bier. Ich hab kein Bier. Kommt schon Leute. Er hat Energy drinks. What? Ich seh nichts. Crazy shit. Ich schmeiß hack... Das ist so schwer. Was war das andere Ziel? Betrunken 20 Leute zu killen. Das ist das eine, die haben bloß Energydrinks. Und da das Bier. Versuchen wir das halt einfach mal ein bisschen langsamer, wenn du nicht immer die Flasche dorthin schmeissen würdest. Ups. 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 Goko. Alte. Ups. 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 wie viele waren das etwa gibt es hier sonst noch bier ich weiss ich scheiss gerade auf die zeit aber wir müssen zumindest versuchen müssen wir es was Okay, das waren alle gut. So bescheuert einfach. Ich hoffe, es waren 20. Ich hoffe, es waren bis jetzt 20. Aber wir haben jetzt hier diese anderen Waffen. Gibt es hier Bier? Hier gibt es Bier. Nice, nice, nice. Die darf ich nicht trinken? Doch, darf ich. Alter, die Sicht. Junge, nimm das. So. Oh, shit. Ich glaube, wir haben jetzt 20. At least 20. Ah, ist das nice. Das spielst du so geil. Okay, keine Waffe, schade. Aber ich glaube, das war's. Und wie sieht's aus? 55 Gegner. Aber wir müssen 40 Schläge töten, betrunken. Shit. Alles für nix. Weiter geht's. Level 7. Gewaltsames Ende. Amoklauf. Schliess dir den Level innerhalb von 45 Minuten, ohne dass es Überlebende gibt. Ab. Töte 5 Schläge mit einem einzigen Tritt. Ich glaube, das könnte machbar sein. 5 gegen mit einem Tritt. What the hell? What the hell? Energy Drink gibt's nicht, schade. Doch gibt's. Wo hat der seine Waffe hin? Die haben gar keine Waffen. Die haben doch Waffen. Die verarscht mich doch nicht. Wait, kurz. Wenn man hier so durchfrascht, geh ich davon aus, dass irgendwo hier ein Secret ist. Irgendwo muss doch hier ein Secret bestimmt sein, wenn man hier so durchfraschen kann. Das war knapp. Okay, komm, lassen wir den ein bisschen herkommen. Okay, das ist doch nicht so einfach, 5 Gegner hier loszuwerden. Das scheint. Oh shit. Oh shit. Oh, plötzlich steht einer vor mir. Okay, das war die gleiche Tür. Irgendwo muss es doch ein Secret geben. Nun gut. Zu viele Secrets geschaut. Zu viele Secrets geschaut. What the fuck? What the fuck? Das ist doch gar crazy. Das ist doch ein bisschen da hoch. Leider nicht geschafft. Aber egal was los. Einer fehlt. Okay. Den haben wir übersehen. Müssen wir es nochmal machen. Ich möchte in jedem Lab mindestens alle Leute umbringen. Das ist mein einziges Ziel. Eigentlich. Mindestens das zu machen. Vielleicht habe ich hier jemanden übersehen, weil ich so schnell war. Da war nicht irgendwo zwei Leute drin. Okay. 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 Manchmal weiß man dann, dass die Leute hier stehen. Danke. Okay. So, jetzt aber hoffentlich alle. Yes. Sehr gut, wir sind das. Ich würde sagen, das war's für diese Folge von Engelvolt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.